Hallo ihr Lieben, ich war erst mit meiner Familie wieder im schönen Süden unterwegs und wir hatten natürlich wieder das Problem, dass nachts keiner schlafen konnte, weil einfach etwas zu heiß. Und genau deswegen sind wir heute beim Freistaat und besprechen heute mal unser Problem mit dem Experten, dem Andi. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Dann schauen wir doch mal rein, wo unser Experte ist. Hier sind wir in der Halle vom Freistaat und da steht er schon. Hallo lieber Andi. Hallo Miriam, grüß dich. Freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch. Ich hatte ein Riesenproblem im Urlaub. Meine Kinder konnten nicht schlafen, mein Mann konnte nicht schlafen, weil einfach zu heiß. Jetzt habe ich erfahren, dass wir beim Freistaat eine ganz tolle Klimaanlagenaktion haben. Ja, stimmt. Und zwar packt man jetzt wieder ein richtiges, tolles Paket aus für unsere Kunden, damit eben die warmen Nächte und die warmen Tage erträglicher werden. Und dass das nicht schlafen können, nicht am Schnarchen vom Mann liegt, sondern an der Wärme. Da hast du wohl recht. Andi, wie ist denn diese Box, wo kommt die denn im Fahrzeug hin? Weil wir sind vier Personen, wie darf ich mir das vorstellen? Ich verliere ja Stauraum. Ja, da muss ein Kind zu Hause bleiben. Das wäre natürlich auch eine Superoption. Nein, diese Klimaanlagen von Truma kommen aufs Fahrzeugdach. Das heißt, der Stauraum innen bleibt komplett unberührt. Perfekt. Wenn die Klimaanlage dann verbaut ist, ist das dann wie beim Kühlschrank, dass ich den während der Fahrt schon laufen lassen kann? Das heißt, ich mache irgendwo einen Zwischenstopp und die Kiste ist schon schön kalt? Oder? Nein, das geht nicht. Also das wird am Markt angeboten, aber die Praxis zeigt, dass die Kapazitäten, die in der Batterie vorhanden sind, in den meisten Fahrzeugen, wie auch die Verkabelung im Fahrzeug, nicht ausgelegt ist dafür. Okay. Die Klimaanlage kann betrieben werden, sobald von außen über den CEE-Stecker 22 Volt eingespeist wird. Und dann läuft die Klimaanlage auf 220 Volt und macht relativ schnell kühl. Gern Job. Okay, cool. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt nachts laufen lasse? Muss ich dann da jedes Mal irgendwie aus meinem Bettchen rein und raus? Oder wie kann ich die einstellen oder runterkühlen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, da braucht man natürlich nicht in der Nacht aussteigen und auf den Taster drücken, sondern wir haben da bei der Umfang ist eine Fernbedienung dabei, wo man die Kühlleistung, die Stärke, die Gebläsestufen einstellen kann und kann das ganz vergnüglich vom Bett aus steuern. Weil ich jetzt schon den Experten vor mir habe, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man das Wohnmobil oder den Wohnwagen an sich schon mal die Hitze so ein bisschen draußen halten kann oder dass ich jetzt nicht so überhaupt aufgeheizt bin? Ja, klar gibt es da ein paar Tipps, aber die sind eigentlich ganz banal und einfach. Nun, ein Schattenplatz bringt schon mal sehr viel. Die Fenster und die Dachlücken auf Lüftungsstellung, wenn die Klimaanlage nicht läuft. Die Rollos schließen, also die Verdunklungsrollos schließen, dass die Wärme gar nicht so in das Fahrzeug reinkommt oder in den Wohnwagen. Damit reduziere ich schon mal den Hitzestau im Fahrzeug extrem und die Klimaanlage macht es dann hinterher angenehm. Wenn es jetzt draußen 45 Grad hat, komme ich dann rein, drücke auf mein Knöpfchen, 20 Grad und super ist es? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Wie schnell geht das? Also, wie schnell geht das? Das dauert zwischen 10 Minuten und 20, 25 Minuten, dass das Fahrzeug die Raumtemperatur erreicht hat. Aber immer in Abhängigkeit der Größe des Fahrzeugs. Ein kleines Fahrzeug, wie so ein Pössl-Kastenwagen, der ist relativ schnell richtig kühl. Ein großes Fahrzeug braucht natürlich dementsprechend länger. Wichtig ist bloß, wenn ich jetzt in Griechenland stehe, habe 42 Grad Außentemperatur, nicht gleich auf 18 oder 20 Grad runterkühlen. Nein, weil dann läuft die Klimaanlage sofort auf volle Power. Oben der Kondensator kann vereisen und hat gar keine Kühlleistung. Das heißt, man sollte in 7 bis 10 Grad Schritten runterkühlen. Also, ich weiß, es hat 40 Grad draußen, ich stelle erst einmal auf 30 Grad. Nach 10 Minuten Laufen stelle ich dann auf 22 Grad runter und kühle dann runter. Und dann habe ich auch an Orten die richtige Kühlleistung. So, Andi, jetzt stehen wir hier vor drei Geräten. Kompakt, Kompakt Plus, Aventa Comfort. Also, es gibt natürlich nicht nur eine Klimaanlage, um einen Bereich abzudecken. Wir haben deswegen eine Kompakt, die hat 1700 Watt Kühlleistung. Wir haben eine Kompakt Plus, die hat 2200 Watt Kühlleistung. Und wir haben eine Aventa Comfort, die hat 2400 Watt Kühlleistung. Das heißt, ein kleines Fahrzeug reicht die Kompakt. Also, so als ein Pössl oder so. Wie so ein Pössl-Kastenwagen. Oder wenn man sagt, ich will aber mehr Kühlleistung, kann man das drauf machen. Und bei den großen Fahrzeugen, wie gesagt, die mehr als 6 oder 7 Meter Aufbaulänge hat, da kommt dann die Aventa Comfort drauf. Unterschied ist, die Kompakt und die Kompakt Plus sind reine Klimaanlagen. Die Aventa Comfort hat auch noch die Zusatzfunktion von einer Heizung. Ah, schön. Das ist im Herbst dann eigentlich auch schön. Für die Übergangszeit Frühjahr, Herbst ist das ganz praktisch. Schön. Dass ich den Innenraum einigermaßen angenehm überschlagen habe. Aber ich kann nicht richtig beheizen das Auto damit. Das funktioniert nicht. Nur so ein bisschen zuheizen. Genau. Zuheizen. Wir haben bei diesen Klimaanlagen Kompakt Plus einen Innenrahmen, der eben das Kühle nach außen gibt, zum Verstellen, zum Verregeln. Und haben einen Unterschied zu Aventa Comfort mit einem größeren Innenrahmen, weil die natürlich viel mehr Leistung hat. Die hat auch noch das Gimmick, dass da eine LED-Beleuchtung drin ist zusätzlich. Das haben die kleinen Innenrahmen nicht. Passen diese ganzen Klimaanlagen auf jedes Fahrzeug? Oder gibt es da Unterschiede, die man beachten muss? Ja. Also es ist so, die kleinen, in Anführungszeichen, von der Gehäusegrüße, die kleineren Fahrzeuge kommen auf die Dächer, wo wenig Platz vorhanden ist. Wo viel Platz vorhanden ist, kann man auch die große Klimaanlage montieren. Das sehen wir jetzt hier bei dem Pössl. Der hat ausreichend Platz hinten. Also ist da die große draufgekommen, weil das der Wunsch war von Kunden. Okay. Die Einbaussituation ergibt sich immer anhand des Fahrzeugs. Wenn jetzt auf einem Fahrzeug schon Solarpanele verbaut sind, Satellitenanlage verbaut ist etc., müssen wir erst einmal feststellen, wo hat denn das noch Platz auf dem Dach? Müssen wir einen separaten Ausschnitt machen? Müssen wir das in eine bestehende Dachluke verbauen? Solche Dinge müssen wir jetzt vorab klären, bevor wir zu einem Termin vereinbaren. Aber dafür haben wir ja euch. Wenn ihr mir jetzt da so ein Klimaanlagen-Superteil verbaut habt, wie ist denn das mit der Wartung und der Garantie? Kommt da viel auf mich zu oder wie funktioniert das? Nein, da ist also nicht viel Aufwand. Das heißt, einmal im Jahr sollte die Klimaanlage, die Innenlüfter gereinigt werden. Da sind da so Filterstreifen drin, die getauscht werden sollten. Oder man wascht sie aus. Macht ihr das oder muss ich das selber machen? Das kann man selber machen, das ist in der Bedienungsanleitung auch wunderschön beschrieben. Oder wir machen das gerne, gar keine Frage. Garantie haben wir ja hier, wenn das verbaut ist, zwei Jahre, ganz normal, vom Gesetzgeber ja geregelt. Und TRUMA hat an Topnome zusätzlich drei Jahre Teilegarantie. Das heißt, sollte nach drei Jahren oder dreieinhalb oder vier Jahren an der Klimaanlage was kaputt gehen, zahlt TRUMA die Materialpreise. Nicht die Arbeitszeit, aber die Material, was da kaputt ist, das zahlt TRUMA dann auch. Also wenn mir da jetzt so eine Strebe irgendwie kaputt geht oder so? Ja gut, so eine Strebe geht nicht einfach so kaputt. Aber wenn jetzt im Klimagerät selber was undicht wird, was kaputt geht, der Klimakompressor oder sonst irgendwas, das wird dann die Teilegarantie von TRUMA trägt da. Und der Kunde hat nur den Lohnkosten zu zahlen. Super. Das finde ich eine super Sache. Super, sehr cool. So, jetzt habe ich echt viele Fragen gestellt und ich muss sagen, ich glaube, ich bin Fan. Ich brauche so ein Ding definitiv für den nächsten Sommerurlaub. Aber jetzt müssen wir auch mal über Geld sprechen. Was kostet mich denn eins dieser Klimaanlage? Ja, jetzt kommt unsere angenehme Seite. Da kostet auch der Einbau und das Material etwas. Aber wir haben da einen super Komplettvorzugspreis gemacht. Das heißt, bei unserem größten Modell, bei der Venter Comfort, sind wir statt 3,599 auf 2,999. Das heißt, da spart man sich 600 Euro inklusive Einbau, allen Einbaumaterial dazu, was man braucht. Also rundum sorglos. Rundum sorglos Paket. Herrlich. Ja. Und bei der Compaq Plus und bei der Compaq, wie gesagt, haben wir anstelle bei der Plus 3,39 2,99 und bei der Compaq mit 3,1,99 nur 2,5,99. Das heißt, alle Anlagen werden mit 600 Euro von uns bezuschusst als Sonderaktion. Wo darf ich unterschreiben? Oder wie nehme ich da teil? Wir haben für diese Aktion, das hat man auch letztes Jahr im Winter schon gemacht, extra E-Mail eingerichtet. Die heißt aktion.derfreistadt.de. Da schreibt man eine Mail hin. Ich bin daher so und so, habe einen Wohnwagen, Reismobil, Marke etc. ppp. Und ich hätte gerne eine Klimaanlage. Und da wäre es natürlich toll, wenn Sie da schon Ihren Fahrzeugschein mitsenden, ein Foto oder eine Kopie. Ein Bild vom Fahrzeugdach außen und vom Fahrzeugdach innen, damit wir schauen können, wo hat denn das überhaupt Platz auf dem Dach oder macht es gar keinen Sinn. Und dann werden Sie von unseren Servicekollegen kontaktiert und bekommen ein Angebot zugesendet. Und dieses Angebot können Sie dann alles durchlesen und sich dann nochmal melden und sagen, jawohl, ich will das haben. Und dann wird das Ganze terminiert. Sehr gut. Also Fotos und E-Mails schicken. Und was noch ganz toll und wichtig ist, die Aktion läuft bis Ende Februar. Das heißt, alle Termine, alle Anfragen, die bis dahin positiv bewertet werden, bekommen die Klimaanlage zu dem Preis. Wir haben eine Krux, die Fahrzeuge müssen mindestens zwei bis drei Tage bei uns bleiben. Also ist keine Aktion, wo man darauf warten kann. Hat ein bisschen was mit dem Winter zu tun. Wir müssen ja das Dach verstärken, teilweise Holzleisten einkleben und die Trocknungszeiten sind ein bisschen länger. Und deswegen brauchen wir zwei bis drei Tage das Fahrzeug bei uns. Und dann kann man es mit Klimaanlage wieder abholen. Super cool. Jetzt habe ich nur ein Problem. Mein Mann würde sich niemals auf unseren Kemper so eine weiße Klimaanlage draufbauen. Ja, das ist bedacht worden bei uns und haben wir auch ganz gut gelöst oder besser gesagt drüber gelöst. Diese Klimaanlage gibt es jetzt in weiß und in schwarz Außengehäuse. Das heißt, der Kunde muss nur sagen, ich hätte gerne eine weiße Klimaanlage oder eine schwarze Klimaanlage. Der Preis bleibt gleich. Sehr gut. So, lieber Andi, dann vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer. Ich hoffe, ihr auch. Ihr könnt euch jederzeit beim Andi melden mit Fragen und allem. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich hoffe, euch auch. Und alle, die unsere Videos sehen, denkt bitte dran, Social Media, schenkt uns ein Like und wir sind glücklich. Bis dann. Tschüss. Tschau. Tschau.